ja liebe leute hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zu let's play und wir haben das hier ich habe jetzt gerade auf die auf das headset geschaut und er hat das komischerweise jetzt mal kurz abgeschaltet ich weiß jetzt auch nicht wieso keine ahnung ich habe jetzt aber geschaut ob das beim letzten part aufgetreten sein sollte anscheinend nicht da war es jetzt nur kurz da hat er irgendwie das headset kurz ausgefallen ich schaue natürlich immer auf die anzeige herrn hat er mal das problem dass er anstatt meine stimme einfach den sound aufgenommen habe ich wäre dann war eigentlich auch so weil sie den letzten part nicht gesehen haben wir spielen jetzt eigentlich nur noch auf leicht das ganze durch weil es so lange dauern würde genau deswegen spiele ich das ganze hier auf leicht durch damit wir ein bisschen schneller das letzte beenden können nicht weil es mir keinen spaß macht sondern weil ich endlich mal auch andere let's plays aufnehmen möchte beziehungsweise habe ich habe mich ja dann mit manchen schon bekommen aber geht einfach darum dass ich dieses let's play auch endlich als abgeschlossen auf meiner let's play liste anbauen kann ich weiß gar nicht mehr wann ich das zu kommen habe aber dass ich das von über einem jahr mal gekauft habe war nicht mal günstig das spiel verstehe ich aber auch alles wirklich preiswert oder sage ich mal angemessen so ich werde jetzt nur noch dieses kapitel heute vielleicht muss ich da noch was schneiden dann wieder zusammenschneiden wie beim letzten mal manche kapiteln müsste aber da so jetzt was ich habe ich die karte schon erhalten oder ist ein fehler ich habe keine ahnung kurz hier wird einfach das ganze schon angezeigt wir haben sie ja jetzt auch schon so gehabt dass er das falsch angezeigt hat also verstand anstatt wir müssen doch nicht die stadt oder habe ich da was falsch verstanden was ich auch komisch finde ist abgrund so wird von menschen geredet wird das was ich auch komisch finde ist abgrund so wird von menschen geredet wird zwei jahre aus hier sind jetzt keine den Kino König die mich auch nicht okay er hat das war aber nicht sind die Menschen eher titanus Interessant. Dann... ...Mir... ...Bitania, irgend so was. Die kommen hier noch dringend. Hat sich nicht so ganz gelohnt. Level 41? Okay. Ein bisschen Hallen mit Früchten. Wir müssen die mir etwa zwei Level voraus, ja? Aber man sollte eben nie vergessen, zum Pokerstädchen zu gehen. Da bekommt man am meisten eigentlich. Wow. Zweite blaue Schlamme. Aber dass mir das ganze Gebiet schon angezeigt wird. Vielleicht weil ich auf leicht spiele. Aber eigentlich müsste es eher ein Fehler sein, weil... Ja. Keine Person... ...Mir... 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 ...Mir wird zwar das Gebiet schon angezeigt, aber... ...ja... ...kmir... ...Mir... ...Oh, ich glaub' Käse hätten wir doch noch... ...Ich hab' jetzt die... ...Gebietskarte, aber ja... ...Ich... ...kauf sie einfach. Ah, okay. Gibt es noch irgendwas mitnehmen? Du brauchst vier. Okay. Ich finde eigentlich das Restaurant hier sehr lustig. Man muss immer das eigene Zeug mitbringen. Jetzt hätten wir genügend. Okay. Nix drehen. Aufnehmen haben wir auch noch. Finde ich mehr so wenig. So, grilliert es. So gebraten. Genau. Und tschüss. Wir überlegen uns das später dann. Möchtest du gegen so einen mächtigen Feind antreten? So, hab ich tust. So gut, hier jetzt auf dieser Schwierigkeits-, auf dem Schwierigkeits-Grasse-Floch. Und jetzt auf die Schwierigkeits-Grasse-Floch. ja feiglinge hier alles nur feiglinge bist du kein feigling mehr ab bist du dir sicher einiges stärker so ganz feuer sprucken ich hätte zwar tränke in der hinzu bekommen ist da jemand hin gefallen das wollte ich nicht ich will eben immer das ding hier überspringen das anzeigt und da drückt man eben auch kreis jetzt auch mit x oder so neue fähigkeit was die ich weiß gar nicht wie man das ausspricht mit diesem dein mit diesem komischen oder war das ein anderes äh so ich muss das aufrüsten ich hab jetzt gar nicht geschaut wie viele talenten fähigkeiten fähigkeitspunfte oder hier nennen wir Oh, Eier. Ha! Wird schon das sein, dass irgendjemand kommt. Die Zerstörung. Es ist eigentlich lustig, dass die Münzen geben. Man zerstört Eier und bekommt Münzen. Das ist so ein Witz. Rufen aufsteht. Okay, da hinten sieht es ein bisschen speziell aus, das Ganze. Nach oben kommt man auch nach hinten. Vielleicht hat es ja in der Truhe das, was ich suche. Oh, war kurz. Volana, schützen. War kurz. Ich müsste es eingefrieren. Äh, genau. Genau, da bekomme ich den vierten. Beziehungsweise ist es im vierten, aber das wäre die Nummer vier, wenn... Hier, hier. Das kannst du verwenden. So, was haben wir denn hier? Brandfalle. Das bringt uns zwar nicht allzu viel, machen wir aber mal. Dann... Genau. Vier. Selbe nochmal. Timon, die ich am wenigsten brauche, habe ich immer am meisten. Gut, Vergiftungen. Hä? Beschwört ein Kreatur, die Gegner am... ...bewegen hindert. Bö. Wo habe ich denn das aufgesammelt? Adastrophenbäller. Jetzt bekomme ich natürlich alle Tränke... ...äh, oder... ...Staschen und so... ...herangeworfen. Ja, nochmal. Gut, dass wenn man auch leicht spielt, ich glaube, dann bekommt man viel mehr... ...das, was man eben nicht braucht. Dann könnte ich mir noch einen Haltrank machen. Ja, plötzlich habe ich doch noch irgendwelche... ...komischen Gegenstände, die ich nicht brauche. So was hier. So was. So was. Beide oberen Rinder erst auch. Haben wir noch einen Stein, dann könnte ich doch mal dasselbe machen. Die Schuhe, die... ...behalte ich mal noch. Ich schaue jetzt eigentlich auch gar nicht, was... ...ich hier für Fähigkeiten... ...ich auch das bekomme. So. Oh, wieder ist einer. ...die ich hier die ganze Zeit verwendet und der eben nichts macht. ... ...dass du denn nämlich immer an... ...äh... ...so, ...kaulobur... ...und das... ...den schreien wird. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, der Modus hier verstehe ich nicht. Ich weiß, was fliegt. Kann ich eigentlich den Vulkan hier ein bisschen eindämpfen, sag ich mal? Sodestab. Machen wir uns Sodestab. Na, weil wir es können. Falschie-Attacke. Ja, da komm ich nicht drauf. Nein! Boah, ich hätte mich fast getötet damit. Okay, 400. Da. Da. Boah. So ist er. Schaden ist auch gut. So ist er. 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 das ist er hat jetzt so viel Energie ich glaube ich muss den nicht mal treffen da wird sich jetzt schon selber was treten naja wie viele haben die hier eigentlich noch? oh es ist schon ein bisschen da habe ich noch ein bisschen da habe ich noch ein bisschen Delaporte gibt es ja leider nicht aber jetzt glaube ich oh stimmt ich habe ziemlich Schaden bekommen wir haben hier ja noch dass das uns relativ nur im Halt vor allem man kann zweimal davon essen das Trieben oh da habe ich noch eine Flasche übersehen dann noch ein Stein ok genau was genau was das ist das ist wir haben ja was das ist das ist das ist das ist Irgendwas? Vielleicht haben wir ja noch etwas zum Essen. Mal schauen. Da werden wir wenigstens. Nein, sonst nicht. Danke. Ja, bitteschön. Level 48. Oh. Ha. 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 Weiß. Wie gar nicht. Hier gibt es noch einen Händler. So. Du hast es. Du bist ein Mensch. Du hast es. Und du hast es. Du hast es. Du hast es. gibt es hier das nenne ich wieder mal schauen wie viele leben gerade noch mal reden habe ich zwar keine karotten dann sonst ist gut ja bitteschön so im nächsten part würde ich sagen versuchen wir mal den hier und ja wir sehen uns gleich wieder naja vielleicht wenn ich jetzt jeden tag ein part bringen wer weiß vielen vielen dank fürs zusehen und bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt let's play und vier live rassier als macht's guter tschüss